YouTube, willkommen zu After Us, ein Spiel, das wir im Livestream durchgespielt haben. Und hier handelt es sich auch um eine kleine Produktplatzierung, denn die Entwickler haben mich angeschrieben, ob ich das Spiel gerne streamen würde. Und ich fand dieses Spiel so beeindruckend und so wunderschön, dass ich es sogar wirklich komplett durchgespielt habe. Es ist echt eine irre schöne Reise mit fantastischen Bildern, die zum Nachdenken anregen. Es geht darum, dass die Erde vor dem Ende steht, die Menschheit ist ausgestorben und die Tiere auf diesem Planeten sind nur noch als astrale Geisterwesen dort. Und Mutter Natur hat ihre Kraft in acht unterschiedliche Tiergefäße gesteckt und wir müssen diese Gefäße ausfindig machen, die Kraft von Mutter Natur befreien und somit eben dem Ganzen eine zweite Chance geben. Link zu dem Spiel in der Videobeschreibung, Link zu meinem Livestream, wenn ihr live dabei sein wollt, auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wir werden kommentieren. Ich bin gespannt, eure Meinung zu dem Spiel. Gesundheit. Gesundheit. Jest. ZDFZT ZDF Sobi ZDF ZDF Sobi ZDF Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, die Welt stirbt und wir müssen wohl Tiere finden. Yep, das war der Mensch. Das sieht so typisch nach, hier war der Mensch aus. So wird es mal aussehen, wenn der Mensch von der Erde getilgt wird. Sein Müll wird bleiben. Alles klar, wir sind irgend so ein kleines Feenwesen. Wir sind das Leben. Wir sind eine zweite Chance für das Leben. Moment, gedrückt halten, stand doch da eben. Ja, jetzt. Wupp. 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 Und es geht so ein bisschen in die Richtung Journey. Vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen Little Nightmare Swipes. Okay, wir können auch sprinten und springen. Und es soll wohl eine tragische, traurige Geschichte. Alles klar, am höchsten Punkt noch mal springen. Okay, verstehe. Ja, die Steuerung ist ziemlich Standard. Kennt man, ne? Steuert sich sehr intuitiv. Halten, um zu gleiten. Wow. Sieht aber ganz schick aus, das Game. Steinchen. Dankeschön für deinen Wahnsinns-Sub-Doodle. Dankeschön für die ganzen Subs, Leute. So, jumpen wir hier mal rüber. Für die Twitch-Menschen, wer mehr Informationen zu dem Spiel haben möchte, findet ihr auch unten bei den ganzen Links. Warte mal, wenn ich hier aufs Auto gehe, komme ich da hoch? Yes, alter Skill. Absoluter Skill. Okay, ich denke mal, wir müssen hier lang. Sie hat auch unendlich Ausdauer. So was finde ich immer geil. Weil man einfach schön durchsprinten kann und dadurch einen schönen Flow hat. Finde ich immer sehr angenehm bei Spielen. Dankeschön, Mr. Zooking. Oh, 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 oh. Dies ist deine Lebensverbindung Öffne sie durch Drücken von Y Okay Als erstes brauchen wir den Hundi Wow, ich dachte schon, wir stürzen jetzt nach unten Also wir müssen diese Tierwesen finden, weil dort ist die Lebenskraft gefangen Mit dem Hundi fangen wir an Und wahrscheinlich ist die Linie, die wir da sehen Der Abstand, wie weit wir noch von dem Tier entfernt sind Ganz schön optimistisch Alright Cool Okay, ich glaube, wir bekommen in dem Spiel so ein richtig umfangreiches Movement Kann das sein? Aber steuert sich extremst cremig Okay, was ist das da hinten? Ist das die Großstadt? Das Zentrum Menschlichen Verderbens Das sieht schon ziemlich krass aus, ne? Wow No Ich bin tot Wenigstens hat man sehr humane Checkpoints Ah, nein. Nein, 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 nein. Das war... Warte. So. Hier hat man übelst den Aufwind. Echoes der Zivilisation. Müssen wir hier lang? Warte mal. Müssen wir hier auf die Autos? Ne, ich denke, wir müssen da unten hin. Alter, wie riesig ist denn bitte schön dieses Level? Schaut euch das an. Ist ja Wahnsinn. Okay, das wird ein bisschen tricky. Oh, ich rutsche da unten. Okay, perfekt. Ist das der richtige Weg? Maybe. Ne, warte, warte, warte. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ich versuch's. Oh, no. 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 No, no, no. Das wird nichts. Oder vielleicht doch? Alter, nee. Nee. Okay. Okay, gehen wir hier lang. Okay, hier verändert sich alles. Hier wird's dunkler und düsterer. Ist das der richtige Weg, Leute? Dankeschön für den Sub. Woa. Woa. Halte LT, um deine Kraft-Explosion des Lebens aufzuladen. Loslassen, um sie auszuführen. Und. Alter, cool. Okay, das ist richtig nice. 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 Ich denke mal, das Schwarze wird irgendein Öl oder sowas sein. Bam. Zack. Okay. Okay. Irgendwie will ich jetzt alles zumosen. Sie nannten ihn den Moosmann. Wow. Okay, grafisch sieht das schon geil aus. Drück, um das Herz zu werfen. Drück, um das Herz zurückzurufen. Das Herz interagiert mit bestimmten Elementen. Du hast einen sammelbaren Geist gerettet. Sammelbare Geister werden beim Erkunden der Welt in deiner Lebensverbindung enthüllt. Wenn du sammelbare Geister rettest, verschwinden sie aus der Lebensverbindung und erstreifen die Welt. Alright. Okay. Geist befreit. Die Katze oder was? Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Da drüben sind noch mehr Geister. Hier, das sind noch irgendwelche Katzen. Streicheln. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Singe, um Geister in der Nähe zu finden. Irgend so ein fieser Terrorgesang. Okay, warte mal, Geister. Eine ist hier oben. Aber wie kriege ich den? Das da oben wird ein Geist sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich rankomme. Hey. Das hier ist noch einer. Okay, da drüben sehe ich noch einen. Oh mein Gott. Alter, das hat mich direkt gefressen. Herzwerfen. Ja, das habe ich schon gemacht. Hier, das ist das Herzwerfen. Aber irgendwie komme ich da nicht ran. Das Ding ist zu hoch oben. Ich müsste hier drauf. Warte mal. Da drüben das Auto. So, hier hin. Hier hin. Ja. Geist befreit. Jetzt brauche ich den hier noch. Die Frage ist nur, wie komme ich an den bitte ran? Wahrscheinlich hier über den Bus. Boah, ich bin so froh, wenn wir aus diesem ekelhaften Schloddergebiet raus sind. Ah, nicht gut, Mann. So. Okay, ich habe alle, oder? Ich glaube, ich habe alle Geister befreit. So, schauen wir mal. Also, hier ist nichts. Die Dinger sind blau. Äh, weiß. Davor waren sie ja so blau. Immer noch nichts. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Du kannst freie Geister grüßen. Okay, einige lassen sich sogar streicheln. Hallo, Geister. Moin, moin. Moin, moin. Was lernen wir daraus? Nur die Tiere werden gerettet. Vorstadt. Alles andere darf sterben. Die Tiere werden gerettet. Okay, was geht hier? Was geht hier? Nackte Menschen. Die versteinert sind. Sie haben sogar versucht, ihre Kinder zu retten. Okay, das ist schon irgendwie... Alter! McDonalds-Stammkunde. Uiuiuiuiui. Die will zur Burger-Ausgabe. Okay, ich glaube, langsam wird es ein bisschen gruselig, hm? Boah, wie das aussieht. Okay, ein Geist ist irgendwo da hinten. Was haben wir hier? Oh, ein Baum. Kann man an dem hochklettern? Eine Plastiktüte? Eine Killer-Plastiktüte! Warte mal, ich kann hier drauf. Ey, Plastiktüte, die will mich killen. Die will mich wirklich töten. What the fuu, Alter? Oh, 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 no, no! Uiuiui. Uiuiui. Alter! Alter! Das Ding bewegt sich. Okay, okay. Das ist alles für diese verdammte Seele da drüben. Ich hoffe, das ist eine geile Seele. Ich habe einen Salamander gerettet. Salamander braucht die Welt, oder? Ah! Wow, 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 wow. Kann man jemals genügend Salamander retten? Ich glaube nicht. Was beten die da an? Alter, diese Killer-Plastiktüten machen nicht fertig. Brauchen wir alle Seelen? Sind die super wichtig? I don't know. Und sie fressen mich in der Luft. Okay, hier komme ich nicht mal hoch. Jetzt. Noch mehr Plastiktüten. Und Bäume. Alter, diese Tüten nerven. Kann man die irgendwie gänzlich vernichten? Dass es gar keine mehr spawnen. Okay, warte mal. Wir müssen hier hin. Ich habe ein Pferd gerettet. Alle Pferde dieser Welt werden auf ewig mir dankbar sein. Kiescho, der Pferderetter. Das ist mein neuer Spitzname. Okay, ein Ding ist irgendwo hier drüben. Keine Ahnung wo. Ah, hier. Ein Schwein. Oh nein. Da war noch Klipper. Okay, ein anderes Vieh wird dann wohl... Ah, irgendwo hier sein. Ich sehe es da hinten. In weiter Ferne. Schwupps. Stirb, Plastiktüte. Stirb. Fürs Eichhörnchen. So, das Eichhörnchen wurde auch gerettet. Sind wir hier lang? Man kann hier durch. Ja, die Menschheit hat den Planeten hier so verdreckt. Das alles verdanken wir der guten alten Menschheit. Öl, oder was ist das hier? Schaufenster poppen. Schaufenster poppen. Unendlich viel Dreck. Ich habe den Fisch gerettet. Irgendein Fisch. Beim Betteln gestorben. Okay, was bringen die Bäume? Was genau bringt es, wenn wir die wachsen lassen? Bäms. So, dann ist hier aber auch wieder Ende. Psst, nein. Dankeschön für 200 Biber Bits. Dabei habe ich doch noch gar keinen Biber gerettet. Dankeschön. Ah, die Flächen bleiben grün. Stimmt. Jetzt, wo es jemand sagt, sehe ich das auch. Was ist das für ein Geräusch? Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Wo geht es hier weiter? Wo geht es hier weiter? Okay, hier ist ein Durchgang. Richtung der Menschen. Ja, das ergibt Sinn. Irgendwie will man alles sauber machen, ne? Weg mit dem ganzen Öl. Weg mit dem Schmodder hier. Also doch irgendwo da drüben lang. So. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Felser. Du alter Schlawiner. Dann spiel es doch. Was hält dich auf? Was hält dich auf, Minion? Dann kauf dir endlich mal einen Controller. Das gibt es ja nicht. Wie kann man, wie kann man keinen Controller besitzen? Das geht doch gar nicht. Selbst Joan hat einen Controller. Joan! Boah. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Müssen wir vielleicht hier irgendwas machen? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Weil hier hat man ja auch keine Karte, ne? Hat jemand eine Idee, wo ich hin muss? Ich weiß es echt nicht. Ah, hier rüber. Die Fische. Die Fische, oder? Yo. Waschmaschinen. Was ist da drin? Jede Menge Öl. Okay, das Ding geht immer wieder zu. Oh Gott. Aber ich glaube, da muss ich lang. Oder gibt es hier noch einen Weg? Bäume? Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Massenhaft Menschen, die sich hier verstecken. Okay, wie gehe ich da durch? Hier lang. Okay. Oh nein. Der arme Hund. Oh shit. 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 Alles für den Dackel. Alles für den Hund. Die Menschheit kann gerne aussterben, aber doch nicht die Hunde. Oh shit. 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 nach den verbleibenden Gefäßen suchen. Als nächstes holen wir einen Vogel oder was? Okay, wir haben die Hunde schon mal gerettet. Schon irgendwie bezeichnend, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das sich selbst als wertlos sieht und alles andere leben auf der Erde als kostbar und wertvoll, aber systematisch das andere Leben auf der Erde ausrottet. Das ist irgendwie schon paradox, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Jeder würde sagen, was, Hunde, Katzen? Nein, das sind die Besseren. Aber wir sorgen dafür, dass wir alles ausrotten. Was stimmt mit uns nicht? Wir sind echt kranke Schweine, muss man schon echt sagen. Wir haben doch so viel Empathie. Angeblich, angeblich, ja. Nennt man auch das Fleischparadoxon. Halt der Tee, aha, okay. A, um von der Wand wegzuspringen. Nioh. Ja, Steuerung ist schon geil in dem Spiel. Die Oma da oben mit ihren Schlauchbrüsten. Okay, was, 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 was sieht sie da? Alter, das Level ist monströs. Ist alles so gigantisch hier in dem Spiel. Bäm's. Warte, ich muss wahrscheinlich jetzt hier ran. Oder auch nicht. Hier ist noch so eine füllige Alte. Genau in ihrem Schoß gelandet. Ah, wunderschön. Da fühle ich mich wohl. Zwischen riesigen Steinbrüsten. Kann ich da hoch? Ja. Ach, sobald die Dinger so geplatzt sind, kann sie da klettern. Verstehe, verstehe, verstehe. Was für Empathie. Also bitte, Chat. Ihr sagt doch dauernd, nein, nicht der, der Vogel. Nein, nicht der Hund. Nein, nicht die Katze. Und so weiter und so fort. Ihr macht doch dauernd auf Empathie. Nicht ich. Ihr wollt dauernd die Tiere retten. Okay. Muss ich jetzt auf die Kugel springen? Wow. Crazy. Das ist krass gewesen. Alter. Oh. Ich dachte, ich stürze nach unten. Also in dem Spiel geht es darum, dass der Mensch die Erde komplett vom Leben befreit hat und Mutter Natur macht eine Art Arche und hat ihre Kraft aber verteilt in Tiergeister. und diese Tiergeister müssen wir für Mutter Natur finden, um ihre Kraft wieder herzustellen, um der Erde eine zweite Chance zu geben. Wohl bemerkt der Erde, nicht dem Menschen. Nur der Erde. Der Mensch erregt keine zweite Chance. Er hat es verkackt. Der kann sich mal schön gedroht ins Knie ficken. Müssen wir da unten hin? Yo! Straight dran vorbeigejumpt. Was ist, wenn ich dahin gehe? Eigentlich muss man immer diesen Tierwesen folgen, diesen Tiergeistern. die zeigen einem immer ganz gut den Weg. Sterbende Menschen und Tiergeister. Das ist die Mischung. Okay, jetzt bin ich hier noch weiter runter, oder? Ah, Mülltüte! Perfekt! All right, we did it! Ich liebe diese Fähigkeit. Oh, wow! Wow! Diese arschige Tüte! Okay... Wohin nun? Nö! Da drüben! Vielleicht, eventuell. Oh mein Gott, ich bin wieder hier. Normalerweise eigentlich immer voll die netten Checkpoints. Diesmal aber nicht so gentle. Hm. All right. Aber wo soll ich hier weiter? Au! 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 Und wohin? Wohin? Der Gesang zeigt mir den Weg. Da laufe ich ja falsch jetzt. Ah! Okay, der Gesang zeigt mir irgendwie doch nicht den Weg. Woah! Woah! Wow! Woah! Woah! Was? So. Alter. Das Game hier wird hier immer heftiger. Okay, jetzt bin ich hier oben. Von hier aus folge den Fischen. Wahrscheinlich hier rüber. Ja. Gitt, 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 gitt. Die Fische gehen hier lang. Hier ist ein Seil. Wuhu-hu-hu. Crazy. Alter, hier machst du ja voll die Slidebahn. Und hier lang. Nein, da war noch eine Seele. Egal, ich gehe hier drauf. Bestimmt irgendwo hier. Yes. What? What? Moment. Nochmal hier hin. So. Aber wie kommt sie denn da hoch? Ah. All right. Ich wusste nicht, dass sowas geht. Ey. Heftig. Seele. Und damit ist der Papagei gerettet. Auf der Welt gibt es dank mir... Ich bin tot. Dank mir gibt es offiziell Papageien auf dieser Welt. Geil geschehen. Ich bin der Mann, der dem Papagei... ...die zweite Chance gegeben hat. What? 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 Was ist das denn jetzt? Irgendwas Güldenes. 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 Erreinige die Herzen der Verschlinger, um sie zu erlösen. Erinnerung freigeschalten. Okay. Oh Gott, was gibt es hier alles? 1000 Dinge. Da drüben sehe ich schon mal eins. So oder so müssen wir hier lang. Brems. Immer noch hier lang. Okay, bis jetzt sind die Verschlinger easy peasy. Erinnerung aus einer glücklicheren Zeit. Sie schießt das Ding überall hin und ich da hin. Warte. Ja, also geht doch. Dank mir gibt es Schwane. Schwäne. Schwane. Schwäne. Schwäne. Schwane. Schwä... Schwänzen. Schwänze. Dank mir gibt es Schwänze. So, hier ist alles gecleared. Reinige die Herzen der Verschlinger. Eine Explosion des Lebens stößt Verschlinger fort. Weiche aus, um beim Angriff unverwundbar zu werden. Oh, oh. Oh, oh. Bämst. Wow. Okay, plötzlich muss man hier auch noch kämpfen. Psst. Hey. Was ist das hier? Ein Bohrturm. Tja, ich habe dir wieder was beigebracht, ne? Du hast deine Oase des beständigen Lebens erschaffen. Du erreichst alle Oasen jederzeit bei Schnellreise. Alright, das ist schon mal gut. Das ist doch mal eine gute Sache hier. Oase per Schnellreise. Oh, ein Karussell. Oh, ein Karussell. Wie wunderhübsch. Wirklich jetzt. Sieht echt wunderhübsch aus. Wahrscheinlich muss ich da auf den Stein, ha? Ich finde es halt krass, wie unendlich groß die Level sind. Ah, jetzt bin ich da runtergerutscht. Ich bin nur auf den Kopf. Kann ich auf den Kopf von dem Gaul? Doch. Geil, Mann. schon sehr, sehr geilo. Der Geschäftsbezirk. Okay, da drüben sehe ich einen. Da sehe ich eine kleine, tapfere Seele, aber sie ist hinter Glas oder was auch immer das sein soll. Wow, das war dumm. Das war dumm. Das Game ist irgendwie meditieren. Ich sitze da auch jetzt gerade, habe die Beine hochgelegt. Philosophiere über das Leben. Oh, oh. Ja, nice. Ja, cool. Rückenfett. Ich sehe jede Menge Rückenfett. Wow. Stirb. Okay, hier lang. Boah, da oben hängt einer. Eine weitere Erinnerung. Früher war die Welt gut und schön. Alter Frost. Dreams. 57 Monate am Stück. Wenn man kein Leben hat. Finde ich gut. Oh, 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 oh. Nee. Alter, der frisst mich. Vorsicht, der Müllmann. Bam. Game over, du dumme Sau. Game over, du dumme Sau. Oh, ich sehe nichts. Nackte Ärsche sind mir im Weg. Ich habe Arsche im Gesicht hängen. Okay, hier lang. Das Herz zerbricht beim Kontakt mit dem Schild. Finde Wege von hinten zu erlösen. Auf sein Rücken, Speck. Auf den Bobbes. Ja. So sah sie mal aus. Davor. Jung, attraktiv. Dann hat sie RTL entdeckt im Fernsehen. Und wurde immer mehr zu dem, was ihr eben gerade gesehen habt. Oh. Jo, da rein, ne? Alter. Das gibt's nicht. Warte. Bitte, bitte, bitte. Ah, unangenehm. No. Ey, das ist echt schwer. Nein, Kies. Du bist aber nur dämlich. Oh. 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 Ey. Ich zieg den Sprung nicht hin. Es kann doch nicht sein, dass ich den nicht hinbekomme. Ich spring jetzt dahin, wo der Vogel ist. Die catchen dich halt in der Luft, die Dinger. Was ist, wenn ich noch höher gehen würde? Ah. 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 All right. Okay Alles wieder mal für so einen dämlichen Vogel Und weg Egal, jetzt habe ich das Ding, oder? Ja Okay, aber wohin? Dahin Let's go Das war knapp Oh mein Gott, wie das aussieht Wow Please Was wird das denn für eine Nummer? Hier drauf, oder was? Boah, wie der eine da hängt Nein Nein, meine Gier Klar Ich wollte den Sprung nicht mehr noch hinkriegen, weil ich so schön gerannt bin Und was passiert? Richtig, ich verrecke Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken Immerhin muss ich auch Invitriert bleiben Das Gehirn muss Funktionieren, um dieses Meisterwerk von Spiel zu meistern Oh nee Da hinten war noch irgendwo ein Viech Oh, jetzt sehe ich es Will ich hier nochmal hinkommen? Immerhin bin ich jetzt gesprungen Warte Nee Das Das Pocki nicht Aber ich kann da unten drauf Oh, nochmal das Stück hier hoch Oh, zu viel Oh, geschafft So, da hinten Run, Babygirl, run Der Marienkäfer wurde offiziell gerettet Ihr werdet weiterhin Marienkäfer finden auf dieser Welt Dank eurem Tierfreund Kiescho Alter, der war knapp So, jetzt hier hin Wow Hier hin Wahrscheinlich hier drauf Hey, zum Glück haben die Entwickler diesen Diesen Ring da unten Wie man immer sieht Das Spiel integriert Wow, nein, ich habe keinen Boost mehr gehabt Nach vorne Mies Ey Alter Ich kriege das von der Kamera irgendwie nicht hin Okay, warte Ich warte noch What? Warte mal, was ist, wenn ich mich da oben drauf stelle? Geht das? Vielleicht Ich teste das jetzt Ja Streicheln Poppes Oh, was? Hätte ich mal den Vogel gestreichelt Das ist der Trick Du hast nicht den Vogel gestreichelt oder was da oben ist Nee, das ist ein Eichhörnchen Streichel das Eichhörnchen oder du stirbst Wegen dir hab ich's verpasst? Eichhörnchen Drecksvieh Ich streichel dich garantiert nicht Jetzt Jetzt aber Nein Ey Wenn die Haare so hoch stehen Sieht sie aus wie so ein Trolley aus den 90ern Kaboom Was geht ab? Er hat ein Teddy auf dem Kopf Eu Bam Erstmal die Kleinen wegholen Besteht auch aus irgendeiner Ikea-Kollektion Alter Der schmeißt mit Stein Der muss weg Eu Eu Ich leb noch Komm schon Gib ihm Oh Nice So, was nun? Oh Mann Das kann was werden Du Das kann was werden Jetzt muss ich einen Weg hier hoch finden Warte, hier ist was Okay Ey 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 All right Jetzt wird so much tricky So much tricky No Das Game ist wie Mad Max Ja Hast recht Es ist wie Mad Max Jetzt sehe ich das Auto auch Alter Wohin? Jetzt bin ich hier oben Wollen wir da drüben hin Aber Ah Aha Ist das der richtige Weg? Wow Da unten ist eine riesige Armee von diesen Drecksviechern Er sagt nicht Ich muss die alle wegballern Okay Bitteschön Bitteschön Oh no In den Tod Ich sehe die Kugel Ich sehe die Kugel da hinten Und ich sehe den riesigen Schleudermann So So der ist erledigt So der ist erledigt Das ist kein Weg Aber ich muss irgendwie auf das Auto Aber wie Aber wie Okay das geht schon mal nicht kaputt Da kann ich auch nicht hoch Da kann ich auch nicht hoch Was bringt das hier? Jetzt komme ich hier irgendwo hoch Oh Mann Oh Mann Alter sind das viele Wow Oh mein Gott Der hat mich getroffen Ich kann sie auf jeden Fall Mit dem Automaten Ablenken Einer weniger Noch einen Eliminiert Das Licht Die Brüste Die Kombination Das Licht und Brust Oh Nicht gut Bam Noch einer weniger Au Alter Alter Noch einer weniger Noch einer weniger Dicke ist weg Boah Boah Ich hab die wirklich alle besiegt Habt ihr damit gerechnet Dass ich die alle zertabt Ja habt ihr oder Nein Nein Ach come on Ich will das hin Hinkriegen Ich muss halt auch genau auf das Auto Was parallel Was parallel Von der Höhe her Passt Zu der Kugel Weil so holt sie das nicht Sie kann nur straight Geradeaus Shooten Hier könnte es gehen vielleicht Ja Juhu Noch eine Schmolderbacken Also bis wir das nächste Tierwesen finden Da vergeht sehr viel Zeit Das nächste Ding Kriegen wir diesmal nicht so easy Locker flockig Die Zeiten sind vorbei So So Jetzt hier rum Kugel Kann aber auch erst ein bisschen weiter vorne sein Oh Rolltreppe Irgendwo da oben Ich finde diese Wegweisung vom Spiel Irgendwie geil Zum Beispiel die Autos hier Mit dem Licht Zeigen dir Dass du da hoch musst und so Das ist schon sehr kunstvoll Das ist sehr Sehr Künstlerisch Auch das Glas und so Wie das dann bricht Woah Oh 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 no Alter Ey Der Schwabbel war ganz schön fies So Erledigt Das war noch immer nicht die Erinnerung Das war noch immer nicht die Erinnerung Irgendwo weiter Nee Scheint immer noch höher zu sein Oh 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 Sau knapp hier Alter, wie die Titten schlagern Also hier gibt es irgendwie auch nur Hängeboobs, ne? XXL auf Kniehöhe Okay, wo jetzt? Warte Hier 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 Oh 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 man, die hat aber auch ne Reichweite mit ihrem Stampfer, mit ihrem Hulk Smash So, wahrscheinlich dann irgendwo hier lang wieder Oh mein Gott, die macht so ein Roundhouse Ich glaube, sie ist tot Okay Okay What? Hier sind super viele fiese Rolltreppen Oh Das hätten wir Krokodil Ah, warte, hier Den Weg musst du erstmal finden Bam Bam Oh oh Ah, den hab ich runtergebatscht No Nice Okay Okay Okay, so weit, so gut So weit So gut Bitte Bitte, 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 bitte Oh Okay, wie viele Tierwesen Muss ich denn hier überhaupt Retten Retten Der Baum steht Ich hab mein Ziel erfüllt Boah, das blendet Ich denke mal, wir müssen da runter Das Ding Reinigen Aber nicht so Aber nicht so So Oh Oh, 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 okay Ah, die sind da wieder dran verbunden Na Wow Wow No Alter Und da ist noch die Grätzer an der Seite Uff Das wird widerlich Ah, die Grätze Komm schon, Baby Bamm Irgendwo war eine Kugel Aber ich bin jetzt schon unten Na Irgendwo da oben ist noch einer Aber ich bin schon Obwohl Vielleicht kann ich ja nochmal hoch Ah Ich kann nochmal hoch Vielleicht Eventuell Was? 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 Ja doch, hier Yes, Baby. Die Schlange. Wenigstens haben wir ein cooles Tier gerettet, ha? So, wo lang jetzt? Jetzt müssen wir... Hier wahrscheinlich lang. Wahrscheinlich hier lang. Was alles für ein Vogel. Wie lang ist denn der Weg zu diesem Vogel? Er ist ja ewig. Ne, wir retten eine Schlange oder sowas da hinten. Stadtzentrum. Das ist ja eine unendliche... Waaaaaab! Unendliche Reise. Wow. Und Schwaps. Okay, da machen wir mal gut Weg. Und wieder böse Boys. Und der eine hat ein Fahrrad im Rücken stecken. Cool. Wow. 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 Schlodder. Ich hab zu viel Busch im Gesicht. Nein! Come on! Wow. Wow. Eine neue Erinnerung. Okay, bald hab ich alle Erinnerungen aus der Stadt zumindest mal. What? Oh. Nice. Very, very, nice. Und... Nach oben. Wow! No, 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 no. Gar nicht cool. Cool. Renn, kleines Renn. Spring in den Tod, kleines. Spring in den Tod. Das war genau mein Plan. Ich hatte vor, in den Tod zu springen. Ei, 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 ei. Ey, das gibt's nicht. Zu viele. Ich komm nicht durch. Umgeben von widerlichen Kreaturen. Okay, wir müssen die anscheinend killen. Das wird nichts. Ich wollte die eigentlich ignorieren oder irgendwie schön, schnell, elegant durch, aber... Vergiss es. Das ist ein bisschen doof, dass sowas nicht resettet wird, weil stehen die halt alle an der Stelle, ne? So. Jetzt aber. Nice. Nananana, nice. Nice. Boah, wo häng ich denn? Alright. Hui. Boah. Du kriegst ja einen Drehwurm. Jetzt geht er hoch. Okay, der ist erledigt. Ist auch erledigt. Kann man hier irgendwie hoch? Ja. Das sah schon so nach, da kann man irgendwie hoch aus. Oh-oh. Noch mehr Schlons. Geh mal da weg. Mist, vier. Oh, nee, das gibt's nicht. Hätte ich die Kugel nicht eingesammelt, ich Idiot. Ach, komm. Ah, jetzt bin ich zu weit, oder was? So, jetzt aber. Oh-oh. Schnell! We did it, boys and girls. We did it. Boah, der Weg da hoch ist ja unendlich. Über manche Oasen gelangst du zu verzweigten Pfaden. Erkunde jeden Pfad, um alle Gefäße zu finden und Mutters Lebenskraft zu erholen. Dieses Gefäß ist ganz in der Nähe. Rette es jetzt oder erkunde andere Pfade. In welcher Reihenfolge du Mutters Lebenskraft sammelst, bleibt dir überlassen. Aha. Dann retten wir erstmal das Vogelfieh. Daran habe ich jetzt so lange gearbeitet. Den will ich jetzt haben. Oh no! The bird is the word. Okay, geht's hier zum Vogel? Ich glaube ja. Oh mein Gott, was sind das für Sprünge? Glaubt ihr, das Spiel wird später noch richtig schwer? Ich könnte mir das bei dem Spiel irgendwie echt gut vorstellen, dass es noch richtig schwer wird. Oh! Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Irgendwie nach oben, wo man den Vögeln hier vertrauen darf. Kann man hier hoch? Nee. Okay. Huh. Ah, warte. Hier, oder? Ja. Also für den Vogel müssen wir stets nach oben. Psst, hey. Vorne sitzt jemand. Ah, hier geht's weiter. Flausch, Keks, Dankeschön. Na, w-w-was? Das ist wie, das ist keine Beta. Das ist Vollversion von dem Spiel. Mehr Informationen findet ihr im Panel unten bei Twitch. Wir spielen hier die Vollversion. Das Spiel ist vor ein paar Tagen erschienen. Dankeschön, Flausch, Keks. Dankeschön, Flausch, Keks. Okay, jetzt hier rüber mit dem Ding. Alter, der Weg zum Vogel. Boah. Boah. Lecko mio. Bitte, bitte, bitte. No, oh Gott. Ich hätte stehen müssen. Oh, nein. Okay. Ey, wenn ich so einen Vogel habe, bin ich so happy. Hi, ey, 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 ey. Hi, ey, ey, ey. Hi. 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 What? Oh no. Wo? Irgendwo da oben. Uff. Ich hoffe, du bist ein geiles Tier. Alter, was für eine Jump'n'Run-Nummer hier gerade, ne? Nein, sie springt daneben. Reicht der Schuss? Wahrscheinlich nicht. Ekelhaft. Und du bist... Irgendein widerliches Insekt. Schön. Dank mir gibt es irgendein widerliches Insekt. Oh nein, ich muss wieder runterklettern. Echt? Mist. 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 Also, die schiere Größe der Level war beeindruckend. Ich habe gerade getrunken. Mann, ich wusste nicht, dass die Strecke so kurz ist. Vogel, wo bist du? Birdie! Irgendwo da unten war noch eine Erinnerung, oder was? Oh! Ja, sie war irgendwo da unten. Alter, was für ein Wahnsinn! Wow! Das ist schon beeindruckend. Das ist echt beeindruckend. Das ist echt beeindruckend, wie gigantisch hier alles wird, ne? Oh mein Gott! Jetzt bin ich in der Vogelwelt. Ey, Wahnsinn. Boah, wie die Federn aufgewirbelt werden und so. Ey, wie cool ist das bitte? Oh oh. Also, diese ganzen Mechaniken in dem Spiel. Oh! No! Oh, geschafft. Crazy. Totally crazy. Krass. Richtig, richtig krass. Okay, schaffen wir den Sprung? Ja. Schaffen wir den? Boah, ja. Moment. So. Und jetzt... Und jetzt... Gehen wir hier rein. Halt auch diese ganze Mechanik und so, ist schon ganz schön raffiniert, finde ich. Es hat was sehr entspannend. Es hat was sehr entspannendes. Ja, toll. Wo komme ich da jetzt hin? Wahrscheinlich hier außen rum, ne? Oh oh, das war ein Fehler. Oh oh, das war ein Fehler. Also das Spiel hier ist auf jeden Fall sehr angenehm mit Controller-Spiel, weil ich glaube, mit Maus und Tastatur wäre es mir... Ich bin eh so ein Controller-Dude. Klar, ich kann auch hervorragend mit Maus und Tastatur zocken. Das stört mich jetzt nicht. Aber ich mag Controller, weil es chilliger ist. So. Mein what? Oi. Ey, wie lange geht das denn hier noch? Ich klettere ein Käfig am anderen hoch. Oh mein... Wow. Der Sprung war irre. Ist Ende im Sicht? Ich glaube ja, ne? Alter, da hinten der riesige Vogel. Nein! Boah, das ist schon... Also ich finde das optisch irgendwie alles so ansprechend. Oh mein... Oh, oh, oh. Das war sehr, sehr, sehr krass. Alter, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Alter, wo bin ich? Alter, wo bin ich? Alter, wo bin ich? Alter, wo bin ich? Sechs Stück fehlen uns. Jetzt müssen wir hier wieder hin. Ob ich Murdered Soul Suspect gespielt habe? Ja, find's ein Let's Play auf meinem Kanal. Hab ich schon gespielt. Damals, als es rausgekommen ist. Ich wollte das immer mal wieder spielen, weil ich das sehr gut in Erinnerung hatte. Alright, gehen wir hier lang. Gehen wir mal hier lang, liebe Kinder. So? 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 Okay, anscheinend geht es jetzt nach unten. Davor ging es nach oben, jetzt geht es nach unten. Wo bin ich jetzt? Zentralafrika. Schwarzer Regen fügt dir mit der Zeit Schaden zu. LT erzeugt eine Explosion des Lebens, um zu graben. Finde Schutz, um dich auszuruhen und Gesundheit zu regenerieren. Ab in die Toilette. Das ist sehr, sehr geil, diese ganzen Partikel und so. Habe ich hier Schutz? Ja, ne? Tja, der Mensch und sein Müll. Der Mensch und sein Müll. Alles gar nicht so unrealistisch. So, warte mal, hier habe ich wieder zwei Wege. Psst, hey! Eine kleine Spende für den guten alten Kiesti. Dankeschön. Dankeschön für die kleine Spende. Ich glaube, hier holen wir den Hai. Der Hai interessiert mich super, weil Haie immer geil sind. Also gehen wir hier lang. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Irgendwas hat mich da eben gerade reingezogen. Das ist mies. Ach, komm schon. Ab und zu sind die Sprünge so... Unlucky. Aber jetzt. Eine neue Erinnerung. Landschaft. So, hier lang. Äh, hier. Uh. No, 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 no. Ja, und jetzt? Da hin? Ist das wirklich der Weg? Oh, nee. Nee. Muss irgendwie da oben drauf. Come on. Yes. Dann hier durch. Glaube ich. Können wir hier unten rein? Ohne zu sterben. Alter, wie tief geht's denn da runter mit dem Müll? Ich glaube, wir müssen da lang. Aber die Säure frisst uns auf. Ich bin gleich tot. Ja. Oh, ich bin wieder hier. Warte mal. Warte mal. Ich sehe was Wichtiges. Mir hat voll den Stress gemacht. Hier drüben. Bin ich hier geschützt vor dem Regen? Okay, hier speichert er schon mal. Aber was hat das bewirkt? Ah. Ah. Okay, let's go. Eine weitere Erinnerung. Ein weiterer Bohrturm. So, schauen wir mal auf die Karte. Das ist der Weg zum High, ne? Ach, die Dinger sind auch Schnellreisepunkte. Okay, nice to know. Also müssen wir hier durch. King Harry, dankeschön. Geil, Mann. Und wieder etwas gefunden. Es ist so krass, wie viel Müll das ist, ne? Also wie die das dargestellt haben und so. Riesiger Teddybär. Oh, was ist hier los? Kinder. Oh mein Gott. Alter. Alter. Killer Kids. Weil ich hier einen Bären angefasst habe, oder was? Holy moly. Die schmeißen mit Backstein. No, 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 no. Alter, wie krass ist das denn? Alle Kinder sind tot. Da oben ist noch einer. Oi. Das wird aber auch ein Weg, an den ranzukommen. Und noch die Säure im Nacken. Yes. Boah, aber wie jetzt? Wie jetzt weiter? Tja, Tier, du bist ausgestorben. Komm, ich mach erstmal da hinten den Turm fertig. Da ist wohl jemand ausgestorben. Passiert. Oh oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Whoa, whoa, whoa. Wie geht's? Wie geht's? irgendwo hier noch angeblich oder irgendwo hier Dankeschön Oh, das Nashorn Ein cooles Tier Ein sehr, sehr cooles Tier Freut mich, dass du nicht ausgestorben bist Ich bin ausgestorben Lass mal zurück auf den Weg gehen Wow Uff Ah, überall Schlongies Alter Alter Wo will der hin? Hier lang Ah, ich kann nicht stehen bleiben Boah, wie die Menschen hier unten gehaust haben Kann man hier hoch Yes Und dann hier durch Oh, was für ein Rett Was für ein Rett, du So, hier holen wir uns mal ganz schnell Was, was ist das da drüben? Irgendwas babelt Boah Mies Mies Alter, mies Yo Ey, das gibt's nicht Ey, 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 ey Run, girl Nice Nice Jetzt wieder ein Tier Die Schildkröte Super Super wichtiges Tier Gott sei Dank von mir gerettet Wo denn? Ergeblich irgendwie hier Und ich bin tot Alright, alright, alright Achtung Boah, ich hab keine Ahnung Wo lang Ist da drüben irgendwas Ja Seht ihr diese Schildkröten? Die existieren nur dank mir Die hab ich gerettet Und ne Erinnerung hab ich noch Geholt Oh Gott So Bah Bah Enten sind Bäumchen Mehrere Bäumchen Alles irgendwie alte Starbucks-Becher Schützen die mich vom Regen? Wo? Oh Gott Irgendwo da oben Am alten Riesenrad Okay Das Ding bewegt sich Das wird Ätzend Ätzend So Und ist es irgendwo hier? Alter Nee Und tot Muss ich da wirklich an den Trägern Entlang gehen? Oh Ich hab ja gesagt Das wird ätzend Das wird Sehr, sehr ätzend Oder wie bewegt sich das Ding? Kann man nicht Kann man doch Alter Das war eigentlich wieder Cheaten Was ich da gemacht hab, ne? Ich cheate mich mal wieder Durchs Spiel Aber ist man Oh Nein No Och nö Ich leb auch noch Mann Da hab ich mich so schön Durchgecheatet So Jetzt wieder da rauf Oh mein Gott Oh Oh mein Ich Die Kamera Nee Die Kamera Das gibt's nicht Die verdammte Kamera Nee Vergiss es Hier Du bist ausgestorben Da oben Tut mir leid Du bist tot Kann ich alle retten Wahrscheinlich Irgendwas Unnötiges Du bist tot Das war ein Babyäffchen Kleine Baby Kappert 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 Ziner Äffchen Wiss ich kann nicht mal mehr reden So Hass erfüllt bin ich Auf das Tier Boah Alter Was ist das hier Für eine Invasion Der schwarzen Blobs Oh nein Kids Lasst mich Ihr Bengel Ihr Belger Ha Eure steine Können mich Nicht mehr Treffen So Jetzt müssen wir uns beeilen Sonst Schmelzen Wir hier Okay Let's go Gut Who's next Okay Wir sind beinahe da Der Hafen So Wirklich weit Das ist doch noch Verdammt weit Ist der nicht mal Auf der Hälfte Uff Der Weg ist krass Der Weg ist krass Wow Ah jetzt kommen wir erst an Jetzt kommen wir erst In der Welt an In der Meereswelt Das heißt Boah wie geil Diese Spezialwelten Da nochmal aussehen What Cool Geist Befreit Der Hafen Hey die Angelhaken Sehen ja nice aus Boah komm ich da rüber Ja Cool Ertrunken beim Fernsehen Oder vielleicht ist er auch ertrunken Als er meine Let's Plays Geguckt hat Gollum Gollum Grafik hat mich an Playstation 1 Zeiten erinnert Sag mal Jetzt ohne Kack Hast du jemals Auf der Playstation 1 Gespielt Wow Wow Cool man Achtung Also das Playstation 1 Spiel Das aussieht wie Gollum Das würde ich gerne sehen Das würde ich echt gerne sehen Zeig mir mal bitte Das Playstation 1 Spiel Das aussieht wie Gollum Ich bin neugierig Alter Oh Ich hab's geschafft Müssen wir da runter Ich denke mal ja ne Oh 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 naja gut Ich hätte keinen Boost mehr Naja das ist sogar ein Pfeil nach unten Hab ich gar nicht gesehen So und jetzt hier rüber Blub 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 Wow Wow no Ich hasse es Wenn du dann so einen Millimeter irgendwie zu weit springst Wenn du dann irgendwo im Nirgendwo landest Aaaaaaah Ne Krabbe, du, habe ich gerettet. Warte mal. Muss da auf dem Kühlschrank landen oder was auch immer das da ist. Oh, wie nah bin ich dran? Das ist noch ein ganz schöner Weg. Oh, oh. Jetzt mit fiesen Killerhaken oder was? Uff, was ist das denn? Oh, no. Ja, super. Okay, wann triggert das Ding? Muss ich hier nochmal zurückstoßen? Vorsicht, jetzt wird es natürlich nochmal ätzend. Mit dem Ding hier. Alter. Da hin. Oh, wie kriege ich das? Toll. Sie fällt erstmal durch. Trifft sie nicht. Trifft sie nicht, das Ding. Jetzt. Manta rochen. Flup. Komm, rein, 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 rein. Bitteschön. Folge den Rochen. Ich bin so gespannt auf den Hai. Alter, der Sprung, dass ich den geschafft habe. Unbelievable. Absolut unbelievable. Also, zu dem Gollum-Spiel werde ich auch nichts mehr sagen. Da hat jetzt jeder drauf rumgehackt. Wir wissen, es ist ein Flop, es ist Kacke. Wir haben es alle verstanden. Der Delic hat sich wahrscheinlich sein Studio ruiniert. Keine Ahnung, was für Auswirkungen das hat. Wir freuen uns alle. Wieder ein Publisher, der vor die Hunde geht. Selbst dran schuld. Aber ja, wie gesagt. Was soll ich dazu jetzt noch groß diskutieren? Oh, nö! Da ist ja auch nochmal so ein Blubberstrudel. Wir alle haben verstanden, dass Gollum schmutz ist. Es gibt ja auch Leute, die verteidigen das Spiel. Ich habe auch einige Leute, die sagen, nee, ich finde es mega geil, spiel es durch. Ich selber würde es nicht spielen, aber dir beim Spielen zugucken. Mach mal. Mach mal, Kies. Please. Nice. Psst, hey. Alter! Kleines Dankeschön für die vielen Stunden der Unterhaltung. Der Dank liegt ganz bei mir. Dankeschön. Ja, aber ich glaube nicht, dass Gollum ein erfolgreiches Projekt wäre. Und ich glaube auch nicht, dass Gollum mir viel Freude machen würde. Und das Spiel ist jetzt auch nicht so kurz. Da sitzt du schon deine 10 bis 11 Stunden an dem Spiel. Und das ist ein Haufen Arbeit. Ich meine 11 Stunden, 12 Stunden vielleicht sogar spielen. Let's Plays dauern immer länger, weil man ja redet und stehen bleibt und guckt und bla und blub. Walkthroughs gehen ja immer schneller, weil die Leute da einfach durch cutten auch und Effizienz reinbringen. Im Let's Play hast du das nicht. Das nehmen wir mal an, das dauert bei mir 12, vielleicht sogar 13 Stunden, das alles noch rendern. Das ist für mich eine Aufgabe, die eine Woche in Anspruch nimmt. Und will ich eine Woche wirklich in ein Projekt stecken, was den meisten Leuten nicht gefällt, wo die meisten Leute sich nur erhoffen, dass ich über das Spiel herziehe. Naja. Und schwupps. Okay. High ist echt ein Mega-Weg. Und was für einer, ne? Ja, aber das Gameplay soll richtig, richtig anstrengend, nervig, ätzend sein. Okay. Okay. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, die Grafik stört mich ja nicht mal. Ja, ich bin jetzt auch kein Mensch, der auf Biegen und Brechen eine Bomben Grafik braucht. Ich erfreue mich über schöne Grafik und ich weiß sie zu würdigen. Aber es gibt auch tolle Spiele, die jetzt keine Mega-Grafik haben. Aber Gollum ist halt nur klettern, um die Gegner herumschleichen. Ich hab mir eine Review dazu angeguckt, von einem Amerikaner. Der hat irgendwie gemeint, der hat im gesamten Spiel drei Orks getötet. Drei. Der Rest war nur um die Ecke schleichen und klettern. Und das über halt zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden, je nachdem, wie lange du brauchst. Irgendwas verfolgt mich, ne? Ich trau mich gar nicht, mich umzudrehen. Was? Oh, die Haken sind ein Todesurteil. Klar ist Gollum kein Kämpfer. Das sehe ich ja auch nicht so. Aber da musst du halt deinem Spiel irgendwas geben oder halt mehr Möglichkeiten. Keine Ahnung, dass Gollum irgendwie mit Gift arbeitet oder Leute anlocken kann und dann mit der Umgebung interagiert, dass die Orks irgendwie verbrennen oder sonst irgendwas. Also da gibt's ja schon Möglichkeiten, dass auch Gollum in der Lage ist, irgendjemanden zu eliminieren. Ich meine, man muss dem Spieler ja irgendwas geben, um zu sagen, das ist es jetzt. Eine nett erzählte Geschichte, da kann ich mir auch ein Hörspiel anglotzen, hören. Boah, sieht das geil aus. Und dann kommt halt der nächste Punkt, dass die Steuerung von dem Spiel überhaupt nicht befriedigend ist. Es ist nicht hier wie bei dem Spiel, dass du sagst, ich sehe wunderschöne Welten und habe einen schönen Flow drin. Ja, das Spiel hat jetzt auch keine Story per se, aber es hat dafür irgendwie die Challenge ist es halt zu sterben. Ne, die Challenge ist halt da wirklich schön durchs Level zu zu sliden und alles. bei Gollum fehlt halt auch einfach dieses Spielgefühl haben die nicht hinbekommen. Ich meinte, Delict macht davor Point-and-Click-Adventure. Da hätten sie halt ein Point-and-Click-Adventure mit Herr der Ringe Lizenz machen müssen. Aber wenn sie so sehr darauf pochen, keine Ahnung, wo sie die Lizenz überhaupt her haben, vielleicht gab es sie auch irgendwie auf dem Krabbeltisch. Jeff Bezos hat es irgendwie aus seiner Nase geploppt. Was weiß ich. Wir sind beinahe da, oder? Wow. Nein. Oh, Mann. Und ich lande hier. Ey, das gibt's nicht. Wieder die Kante hier. Ey, ich hab keine Ahnung, ob Gollum interessant genug ist für eine eigene Geschichte. Ich fand immer, Gollum war, ja, eine begleitende Nebenfigur ist er ja. Er begleitet ja durch die komplette Herr der Ringe-Geschichte ist ja Gollum schon eine zentrale Figur, die ja permanent irgendwie involviert ist, aber halt immer nur in so einer begleitenden Funktion. Also meines Erachtens braucht man eine Gollum-Geschichte. I don't think so. Ist das korrekt? Anscheinend nicht. Aber ich muss runter, ne? Ich glaube, ich muss runter. Uff. Das ist gruselig. Ah, aber ich muss runter. Ja, ja, ich muss runter. In den Abyss. Ab in den Abyss. Ich sehe ja gar nichts. Abgrund. Ich komme in meinem Leben. What? Irgendwo da oben? Kann man da irgendwas erwecken? Ja. Seegras. Schon irgendwie beklemmend hier unten. Sehr, sehr beklemmend. Schon wieder so ein Teddy. Boah, überall die Netze und Haken. Bin ich hier richtig? Okay, das Spiel hat hier zugemacht. Hinter mir entstehen auch immer wieder so Netze die mich einengen. Wow. Es geht immer weiter runter. Ist ja verrückt. Oh, wow, 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 wow. Wieder die Dinger hier. Ah, come on. Alles für ein High. Oh nein. Oh nein. Oh, wow, 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 wow Einen weiteren gerettet. Krass, wie sich das jetzt verändert hat, ne? Machen wir hier mal die Schnellreise hin, denn hier sind die nächsten beiden. Man kommt in die Welt und sieht direkt erstmal eine schöne Ritze. Erstmal eine schöne Ritze. Warte mal. Putz, eine Erinnerung. Wir gehen anscheinend in den Wald, ne? Tja, der Mensch, der macht alles kaputt. Flüsse, Wälder, einfach alles. Geisterbäume aus Baumstumpfen wachsen. Sprinte auf große Geisterbäume zu, um einen Powerflug zu machen. Durch Luftsprints bei Powerflügen erreichst du ferne Inseln. Okay. Ah, guck hier. Soll ich einfach hier drauf zusprinten oder was? Wow. Oh, wow. Und daneben. Das war der Powerflug, liebe Kinder. Moment nochmal, das Ganze hier. Achso, ich muss erst hier unten hin. Ich wollte viel zu weit. Das kann sie hier wieder einmachen. Ah, es ist schon echt beeindruckend, wie das ganze Spiel aufgebaut ist. Es ist halt nicht so ein klassisches Action-Game, sondern es ist halt wirklich, keine Ahnung, es ist einfach was für die Sinne. Das Spiel ist einfach was für die Sinne, finde ich. Aber ich übernehme mich immer, ne? Ich denke immer, ich kann sonst wie weit fliegen, aber man muss wirklich von Insel zu Insel. So, hier hin. Wieder hier hin. Aber hier kommen wir hin, oder? Yes. Und immer wieder halt auch komplett neue Elemente, was ich sehr gelungen finde. Dass sie da so viel Vielfalt in das Spiel integriert haben. Alright. Oh, wir wollen hier lang. Irgendjemand kann ich hier retten? Aber wo? Alright. Elefanten. Ja, dank mir existieren weiterhin Elefanten. Gern geschehen. Hab ich doch gerne gemacht. Aber die Geisterbäume verschwinden auch irgendwann, ne? Wow, 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 wow. Können die auch hier die Menschen kaputt sägen? Wow. Okay, so kann man sie stoppen. So kann man sie schon mal stoppen. Das finde ich schon mal sehr, sehr angenehm. Wow. Wow. Oh, von hinten. Okay, hier ist eine Erinnerung. Ja, komm, hol dir. Was ist das? Wie heißt die nochmal, diese australischen Laufvögel, die sogar einen Krieg gegen die Menschen gewonnen haben? Das sind die doch, ne? Emus? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch dieser Laufvogel. Das ist kein Strauß. Und auch kein Pfau, was wir da sehen. Au. Achtung. So, wahrscheinlich hier hoch. Und jetzt retten wir... Teddybären. Warte mal, hier sind wir falsch. Wir müssen... Hier hin. Oh, ganz knapp. So. Ich finde es halt krank, wie groß jedes Mal diese Welt ist. Boah, die geben Gas. Ne, die kann ich echt nicht bremsen, ne? Warte mal den Ruhigen hier. Okay, warte. Warte. Putz. Der Löwe wurde gerettet. Yes. Boah, und die Menschen wieder, ne? Alle auf dem Weg zum XXL-IKEA. Alter, wie viele Sägeblätter wollen sie mir denn noch hier entgegenschleudern? Okay, irgendwann... Kommen sie... Alter, die zersäbeln ja wirklich die Menschen. Wow, wow, wow. Ne, es bringt nichts. Es bringt nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, komm schon. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Oh, verflucht. Das wäre beinahe unser Ende gewesen, du. Nice. Du bist ja in den nächsten Turm. Wahrscheinlich hier lang, ne? Oder auch nicht. Hm. Da unten sind die Party-People. Warte. Großer Baum. Nope. Boah, das wird nichts. Ah, ah. Muss ich denn hier wieder... Ah, warte. Hier ist ein Baum. Hier ist wieder in der Erinnerung. Bams. So, und jetzt wahrscheinlich wieder hier hoch. Hier rum. Badabum. Da unten trappen die Elefanten. Wahrscheinlich muss ich erst mal hier hin. Ja, es ist wirklich ein... ...extrem... ...einzigartiges Game. So, wir schauen mal. Wir sind auf dem Weg. Boah, das ist ein weiter Weg. Das ist ein echt weiter Weg. Bis wir beim alten Yogi-Bär sind. Okay, jetzt bleiben die hier stehen. Aber wie komme ich rüber? Wo müssen wir überhaupt hin? Wahrscheinlich wollen wir zu dem großen Baum da drüben. Ah. Ich verstehe, wie. All right. An den kann man entlangrennen. Oh, verflucht. Können die denn mal... ...nicht ein bisschen weniger nerven? Komm schon, Geisterbäume. Rettet mich. Ich muss da irgendwie rüber. Wow. Okay, ich sehe den Weg. Auch diese ganzen... ...Level-Designs und so, ne? Das ist schon alles ziemlich... ...raffiniert gemacht. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Ich will halt auch wirklich jedes... ...Kraft hier einmal sehen. Weil ich das immer... ...sehr geil finde, wenn man die dann befreit... ...und wie die halt visuell dargestellt werden. ...wauw... ...und man ist auch so ein kleines Licht. Ne, man kann die wirklich... ...in keinster Weise ausbremsen. Geben einfach Vollgas, die Drecksdinger. Achtung! Okay, dieser Weg, ja. Kinder, versammelt euch um den großen Stuhl. Das sind doch Ebus, oder? So heißen die doch, diese Vögel. Weiß mal wieder niemand, ne? Immer dann, wenn man die Klugscheißer braucht... ...sind sie natürlich nicht anwesend. Eure Gelegenheit, jetzt klug zu scheißen. Auf YouTube werde ich eh keine Antwort bekommen, weil... ...wer schaut so lange das Video. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Da will ich jetzt aber wirklich hier... ...die Kommentare... Oh, Fledermaus. Wichtiges Tier. Gut, dass wir es gerettet haben. Batman... ...ist sicher. Okay, hier rennen Kids rum. Haben wir hier gleich wieder so eine Kinderinvasion? Also ja, die Optik hier vom Wald. Geil. Kinder! Oh, einer hat mich. Boah, wie sie direkt kommen und mich irgendwie saugen wollen, oder sowas. Die Kids wollen mich saugen. Alter. Wow. Das war knapp. Wieder sehr knapp. Aber so eine kleine Rangelei mit den Kindern... ...auch eine schöne Sache. Alter, wie sie sich direkt auf dich draufstürzen, ne? So. Zombie-Kinder. Vernichtet auf immer und ewig. Boah, da drüben. Das wird ja spannend. Kacke. Warum schießt sie da wieder nicht drauf? Ja, okay, du bist... Ah, ne, du bist nicht tot. So. Welche exotische Tierart rette ich? Das Flusspferd. Okay, Flusspferd ist... ...ein cooles Tier. Ich bin froh, dass du an Bord bist. Ich bin äußerst glücklich darüber, dass du noch lebst. Flusspferd. Okay, der Baum kommt näher. All right. Das sieht... ...knapp aus. Aber wir haben es geschafft. Ich denke mal, wir müssen jetzt die hier... ...warte, ich sehe es. Die hier zerballern, hm? Und tschüss. So, jetzt habe ich eine Verbindung gekappt. Also, wahrscheinlich hier hin. Da hin. Kann man da hoch? Ne. Also, man kann nicht hochklettern. Hochspringen? Ja. Klettern? Nö. Der nächste Dulli. So. Hier ist so eine Verbindung. Das sind die Flusspferde, die ich gerettet habe. Ich könnte sie streicheln, aber ich tue es nicht. Fummelig. Äußerst fummelig hier durchzukommen. Fummelig. 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 So, hier. Da oben noch einer. Der ist gut versteckt. Oh, der war sogar in der Erinnerung. Einer fehlt noch. Der da oben. Wie komme ich da jetzt gut easy hin? Na, scheint zu gehen. Der Stuhl ist gut platziert. Dazu natürlich auch die perfekte Mandala-Musik. Die darf natürlich nicht fehlen. Okay. Jetzt können wir wahrscheinlich hoch zum Baum, ne? Oder ist er noch ewig weit weg? Nee. Nee, der ist relativ nah. Der Baum. Ist das jetzt eigentlich ein Schnellreisepunkt? Ja. Nationalpark. Ich denke mal, der Baum wird dann wieder eine eigene Welt sein. Gehe ich mal sehr stark von aus, dass es so wieder laufen wird. Dass der Baum eine ganz, ganz eigene Welt ist. Ja. Jetzt geht es hier zum, zum großen Baum. Oh, die Fadenwürmer sind wieder da. Oder was soll das sein? Gierige Racker auf jeden Fall, die dich direkt fressen wollen. Ah, knappes Ding. Wow. Da darfst du jetzt nicht hängenbleiben. Girl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war doch schon an der Kante. Aber wenigstens lande ich hier. Wenigstens ist der Checkpoint relativ human. Oh, warte. Oh mein Gott. Komm schon. Das sind aber auch alles wirklich Punkte. Wo du dir direkt gefressen wirst. So. Hier hin. Hier hin. Yes. Der große Ikea-Schlussverkauf. Äh, das war dumm. Da unten geht es weiter. Ich hätte runtergekonnt. Oh, Alter. Okay. Jetzt, ich nehme es zurück. Humane Checkpoints. Richtig asozial, du. Man kann hier anscheinend drunter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Fast da beim Baum. Aktivismus, das Spiel. Save Mother Nature. Der sieht doch noch gut aus. Alles klar, es kickt uns einfach mal den Orbit. Wie krass ist das denn? Ist das ein Eisbär, was wir suchen? Scheint so. Bedeutet ins Wasser fallen tot. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es so ist. Ah, okay. Raffiniert mal wieder. Die sterbenden Pole. Ich weiß, dass es die Menschen irgendwie nie hören wollen, aber wir zerstören unsere Welt. Das ist halt leider so, ne? Wir leben in so ganz merkwürdigen Zeiten von irgendwie Extremismus, der sich die ganze Zeit anblökt und keiner kommt auf ein gescheites Ergebnis, weil alle nur am Schreien sind und jeder eigentlich nur Recht haben will. Und am Ende ändert sich nichts. Wir sind viel zu sehr damit beschäftigt, nach links und rechts zu sortieren. Anstelle zu sagen, ey, packen wir lieber mal Probleme an. Was bringt politischer Diskurs? Och nein, ich war kurz vorm Ziel und dann gehe ich drauf. Oh, das A mit hier. Oh, sogar mit einem Jungen, ne? Ja. Uff. Grausame Bilder. Oh, ich war mal richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt bin ich wieder hier, mitten im Elend. Die Menschen voller Qualen umgeben mit diesem merkwürdigen Glibberschleim. Krass, wie das aussieht, ne? Also optisch, weil das ja auch wieder so ein Indie-Game, finde ich das trotzdem sehr beeindruckend. Ich meine, wenn man das mal mit so großen Titeln vergleicht, die kommen auch nicht auf mehr. Und wieder zwei unschuldige Kinder im Zentrum des Verderbens. Hm. 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 jetzt hin? Jetzt hin? Eine neue Unterwasserwelt, oder wie? Also ich habe jetzt Schnellreise gemacht und wir streben als nächstes anscheinend den Ozean an. Okay, cool. Weil jetzt haben wir uns halt in viele Gebiete reingearbeitet. Und dann gibt es da sehr viele Abzweigungen, wo wir jetzt durch die Schnellreise hinkommen. Und das sieht schon wieder sehr, sehr geil aus. Ey, leck o mio. Der Ozean. Ja, nice. Ja, nice. Müssen wir uns da einsaugen lassen? Oder müssen wir Wasser kommen lassen? Ja, es sind halt alles so die Bereiche, also einfach alles hat der Mensch halt verdorben. Ah, wie cool. Ey, das ist so ein schönes Spiel. Ach, jetzt schwimmt sie da mit hoch. Geil. Wirklich. Sehr, 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 sehr geil. Okay, sie kann hier rein. Geht nach oben, aber wir können hier irgendwie nach unten. Okay, hier war auch eine Erinnerung. Ja, diese ganzen Erinnerungen, da kannst du ja wirklich dich dumm und dämlich sammeln. Also da gibt's so viel Zeug, wo man sich da holen kann. Es ist ganz nett. Ich finde es jetzt nicht irgendwie gestörend oder so. Aber es ist eben nur ganz nett. Ah, hier wieder ein Tier gerettet. Kraken. Bekräcken. Ich finde es halt ganz cool, anscheinend, wenn man sowas rettet, sieht man diese Tiere auch. Die Erinnerungen zeigen halt, dass früher mal die Menschen glücklich waren. Aber das ist halt so ein Problem, ne? Wir sind halt einfach zu viele Menschen. Ich habe mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt. Auch im Podcast haben wir darüber ein paar Mal schon diskutiert. Und das große Problem, was wir leider haben, wir sind einfach zu viele. Ja, wenn wir jetzt alle vegan werden, dann... Wir sind zu viele. Wir sind zu viele, in jederlei Hinsicht. Das wird immer irgendwie in so ein Ungleichgewicht umkippen. Weil wir einfach viel zu viel benötigen. Ja, wir fressen zu viel. Es ist allein zum Beispiel Gebäude. Es gibt ja die Sand-Mafia und alles, wo wirklich Sand gestohlen wird von Stränden. Weil der Sand eben in der Wüste unbrauchbar ist für Betonmischungen. Da brauchst du eine andere Körnigkeit. Und die kriegst du nur durch Sand, der durch das Wasser eben so geschliffen wird. Oder auch ganze Berge werden abgetragen. Gibt es auch Artikel zu, wie wirklich Berge gestohlen werden. Weil die Materialien verarbeitet werden, damit in China weiter der Bauboom funktionieren kann. Das sind so krasse Sachen, was gar nicht so in den Mainstream-Medien drin ist. Und wenn du dir das halt alles mal so ein bisschen durchliest, kommst du auf das Ergebnis, ja, gut. Wir sind zu viele. Die Bedürfnisse sind viel zu hoch. Du kannst auch den Leuten ja nicht irgendwie einfach verwehren, ein Haus zu besitzen. Jetzt geht's ja auch los, dass in Deutschland der Plan immer mehr, ich sag mal, Substanz gewinnt. Och, das war jetzt wieder zu schnell. Dass zum Beispiel freistehende Häuser nicht mehr erlaubt werden, weil da einfach zu viel Platz verloren geht und niemand zu viel Garten besitzen sollte und all so ein Kram. Ja, das sind alles Dinge, die werden kommen. Ja, die werden kommen, weil wir nicht mehr Herr der Lage werden, was unsere Materialien angeht. Wir wissen es in der Elektrobranche, wie da die Erde geplündert wird, besonders in Zentralafrika, aber auch in Europa versucht man ja mit Biegen und Brechen Vorräte zu finden, die man anzapfen kann und so weiter und so fort. Es ist ein schönes Thema. Tja, der Wohlstand, der uns alle am Ende ruiniert. Und da bin ich in keinster Weise irgendwie in der verurteilenden Rolle oder so, weil ich bin ja auch Teil des Problems. Aber ja, es sieht nicht gut aus. Und es sind einfach Fakten. Es ist nicht irgendwas, was man sich zusammenspinnt oder ausdenkt. Es ist einfach ein Fakt. Wo muss ich denn schon wieder lang? Jetzt bin ich total verwirrt. Hier waren wir noch nicht, ne? Okay, hier gibt es wieder irgendwo einen Viech. angeblich hier. Vielleicht hier rum. hoffen wir mal, dass der Mensch Lösungen findet. Aber im Moment ist der Mensch zu sehr beschäftigt, sich in irgendwelchen Debatten zu verstricken, Dinge zu leugnen, in die Realität sind. Da geht es auch nicht um Klimawandel oder sowas. Wir haben ja ganz andere Probleme als nur Klimawandel. Weil auch dieser Sanddiebstahl, das ist erstmal eine witzige Sache. Ich habe mir da auch wirklich eine Doku angeguckt, wie das abläuft, wie da wirklich irgendwelche Einheimischen mit Eseln und Plastikeimern da richtig panisch den Sand rauben. Man denkt erstmal, ja, ist eine lustige Sache so, ne? Sand. Die klauen Sand. Nur weil das halt so exzessiv ist, sind da, was ist mit aller? Ist das der Weg raus? Sind da wirklich ganze Landstriche abgeerntet und weil der Sand eben fehlt, bricht das Meer immer weiter rein ins Inland und das Salzwasser verdirbt den Boden, dann können da keine Pflanzen mehr ansetzen. Dadurch, dass keine Pflanzen mehr ansetzen, entsteht irgendwie eine Versandung, ja, also der Untergrund wird immer mehr selbst zu Sand und zieht sich dadurch immer weiter rein ins Meer. Also es geht Land verloren, wo auch wieder nichts wachsen kann, wo auch wieder nicht die Möglichkeit besteht, dann irgendwie daraus Nahrungsquellen für die Menschen zu ziehen und so weiter und so fort oder wenn man sich mal die Problematik von Italien und Spanien anguckt mit der Verwüstung durch den exzessiven Missbrauch der landwirtschaftlichen Erde und eben auch der Wassermangel und so. Also ja, Klimawandel, das ist halt gerade das Thema, wo alle schön drüber streiten können, aber wir haben so viel mehr Kacke am Laufen, wenn man sich da mal reinliest. Da gibt es ja dann auch von so Ländern wie China sogar Methoden, wie sie die Wüste zurückdrängen, ne, da gibt es auch echt ganz interessante Dokus von Arte, sehr sehenswert, sehr informativ. Die haben zum Beispiel so eine spezielle Pflanzenzucht, die in diesem Wüstensand Wurzel schlagen kann, weil der Wüstensand hat halt die Problematik, dadurch, dass er nicht wirklich fest ist, können die Pflanzen dort nicht haften. Und wenn sie die Bodenhaftung nicht haben, können sie sich nicht richtig ansetzen und dadurch kann halt dann kein Pflanzenwuchs entstehen. Und die haben da so eine spezielle Pflanze irgendwie, die hat schon existiert, aber die haben sie ein bisschen modifiziert, wie es halt eben so ist. Der Mensch verändert die Pflanzen zu seinem Nutzen. Das ist ja nichts Neues. Ich meine, ein Original Mais kennt kein Mensch mehr. Der Super Mais, den wir heute kennen, der ist glaube ich 20-fach so groß oder sowas. Und viel, viel Zuckerhaltiger und alles. Und ja, so versucht halt China durch ein Programm, die Wüste wirklich zurückzudrängen. Und das ist super interessant, weil da ganze Landstriche schon verloren sind. Da waren früher sogar Städte. Das ist auch echt cool in dieser Doku gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Verwüstung Europas oder so. Da wurde halt China als quasi Modell zitiert. Weil die haben das halt schon alles erlebt, wie das aussieht. Wenn Städte an die Wüste verloren gehen, durch die Wüste Gobi. Und das war schon ganz interessant, dass man dann halt gezeigt hat, dass das halt auch Spanien und Italien blüht, wenn sie so weitermachen. Und da sind wir halt wieder an so Kleinigkeiten. Man denkt dann so, naja gut, dann muss Italien, Spanien vielleicht Lösungen finden. Und das Problem ist halt wirklich auch das Wasser, das Grundwasser. Und anstelle, dass sie halt einfach mal sagen, okay, so ist eben nun mal die Faktenlage, wir haben ein Problem. Ja, so kann es nicht weitergehen. Wir steuern da auf was zu. was uns riesige Probleme machen wird. Nein, sie eröffnen mehr Wasserparks für den Tourismus, die super schädlich sind. Das ist halt so typisch Mensch. Und dann werden irgendwelche politischen Seiten und Propagandaeinheiten instrumentalisiert, damit sich schön alle streiten. Denn auch in Italien gibt es die konservative Partei und die linksliberale und so weiter und so fort. Und dann kloppen sich schön alle und hassen sich und die Superreichen, die machen ihr Ding einfach weiter. Mit Wunsch. So. Was ist das hier? Wird ich da hochgestrudelt? Irgendwie nicht. Gibt es hier weiter? Also ja, macht mich sehr traurig. Bäm. Was hat der hier? Ein Schwimmring? Wow. Alter. Wow. Die Oma hier mit den alten Schlappernibbeln. Also wahrscheinlich muss ich hier die nächste Bahn ziehen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Hier lang? Hm. Ich muss auf den Container und von da aus muss ich drauf schießen. Okay, das funktioniert auch nicht. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Also, ich komme hier hin. Warte. Hier hin. Moment, hier ist was. Ah, verdammt. Bin ich jetzt hier? Ich bin hier unten durch, ne? Hier rum. Hier gelandet. ich glaube, ich habe etwas gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Ich finde es halt schade, dass heutzutage Populismus auch so gut funktioniert und die Leute irgendwie auch nichts dazu lernen. kannst du halt immer noch mit den niedrigsten Instinkten irgendwie begeistern. Na, wenn ich jetzt irgendwie so eine Rede schwinge und laut bin und so typische Probleme anspreche, die irgendwie alle betreffen, dann schreien alle immer, recht so, der traut sich noch was zu sagen. Man darf ja nichts mehr sagen, aber du darfst alles sagen. Na, wir leben in einem freien Land. Du darfst immer alles sagen. Du musst nur auch damit rechnen, dass es Widerspruch gibt. Aber wann war es mal nicht so? Die meisten Bewegungen haben irgendeine Form von Widerspruch. So ist das eben nun mal in der Demokratie. Recht so, der traut sich noch was. Darf ja heute nichts mehr sagen. Früher hättest es nicht gäbe. Achtung, der Strudel. Boah, wo gehe ich denn jetzt hin? Hier drüben hin. Ist das der Weg? Hier lang? Alter, was ein Trip! dieses Spiel. Wow! Harpoon? Oh mein... Alter! All right! All right! Wie nah bin ich hier dran? Oh, sehr nah! Sehr, sehr nah! Okay, wir müssen wahrscheinlich durch das Rohr hier durch. Oh Gott! Wir machen das Ganze aber auch wieder sehr... Ai, ei, ei! Tot! auch hier geht's lang oder was? Verdammt noch eins! Können wir das kleine Mädchen hier nicht aufspießen? Das wäre wäre sehr nett! Das wäre äußerst nice! Bämst! Okay, ist das da hinten? Das Grand Final? Wir nähern uns auf jeden Fall dem Containerschiff. Eigentlich wollte ich den Hirsch retten. Bin dann aber irgendwie auf den Wal geschlittert. Irgendwie bin ich dann plötzlich beim Wal gelandet. Ja, ich weiß, man darf nie über Politik reden. Nie über Politik reden. Aber ich finde, das ist kein politisches Thema, die Erde. Ich meine, wenn die große Sintflut kommen würde, so angenommen, rein hypothetisch, jetzt kommt sie, die große Flut. Diskutieren wir dann wirklich erstmal darüber, ob sie AfD-Wähler ist oder Grün-Wähler? Ist das wirklich der Sinn der Sache? Ist Tierleid wirklich was politisches? Das ist genau, was der Chat hier macht. Man macht, oh, die arme Baby-Kuh, oh, das kleine Äpfchen. Das ist keine politische Frage. Das ist eine menschliche Frage. eine moralische, eine ethische Frage. Das hat nichts mit Politik zu tun. Uff, der Wahl. Das ist eine globale Frage. Das ist eine Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der arme Wal Der tut mir so leid Der Steinbruch Mann, sieht das hier wieder cool aus, ne? Jetzt aber retten wir den Hirsch Eigentlich wollte ich den Hirsch retten Bin dann aber irgendwie beim Wal gelandet Aber ich will Meinen Wunderschönen Bock Ich möchte dir das Leben retten Alter Bock, du Okay, wo muss ich hin? Wow Kann man die kaputt machen? Yep Mann, die sind ja riesig Achtung Uff Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich auf die hoch? Ah, hier drüben Einmal Achtung Easy Langsam Übertreib jetzt nicht Ich werde jetzt nicht gierig Und hoch Achtung Hier ist ein Tierchen Der Esel Ein Lebewesen mit einem sehr langen Sehr mächtigen Penis Verdient auf jeden Fall Gerettet zu werden Wer den Esel nicht ehrt Und so weiter und so fort Der alte Spruch Wow Okay, muss ich schneller sein als die Lunte? Wow Ey, wie willst du das schaffen? Oder kann man die ausmachen? Leider nein Ey, wie willst du das denn hinbekommen? Ich bleib jetzt mal weg Jetzt ist es wieder da Was ist der Trick? Ne, ich komme ja nicht durch Ah Ausgeschossen Okay, das geht Alright Gucken Jetzt sieht man hier Den edlen Esel Toll Und ich fall erstmal edel in die Tiefe Was war Was war das denn jetzt gerade? Als wäre da so ein Luftstrom gewesen Der mich nach links gezogen hat So, bitte Lande hier drauf Okay, irgendwo da oben ist ein Tierchen I don't know Oh no Toll Wo, wo, wo will das Ding hin? Boah Ich hab's erwischt Kann sie da hoch Nee Nö Aber warte Sie kann Hier hin Und das bringt Ja Okay Hier drüben geht's weiter Hier drüben geht es weiter So Bitteschön Okay, warte Hier soll's wohl irgendein Viech geben Aber wo? Ah, bestimmt hier Ist blockiert Mal wieder schön elegant Daneben gesprungen Okay, man kann hier rumklettern Aber was bringt's? Aber jetzt geht das Ding wahrscheinlich nach unten Moment So What? Aber jetzt, oder? Das war der Plan, Mann Ach, jetzt rammt das Ding da unten den Weg frei Ja, das Spiel hat irgendwie unendlich viele Mechaniken Immer wenn du denkst, jetzt hast du alles gesehen Hat es noch mehr zu bieten Oh, oh Komm schon, stirb Schwabbel, Oma Jetzt gib ihm Noch einer Boah, noch einer Uff Immer diese Dicken Noch einer So Wait a moment Okay, muss ich den da jetzt reinshooten? Ja Und Hat er noch genügend Schub? Indiana Jones lässt grüßen Ah, wieder ganz viel Leid Und Elend Und Sprünge Wo man denkt, man würde sie schaffen Aber man schafft sie nicht Okay Okay, anscheinend muss man da irgendwie hin Aha So Okay Ich verstehe Ich sehe An der Fettfalte vorbei Hier rum Alter, wie groß ist das? Okay Okay, das Ding steckt jetzt hier Äh Ich Habe nix Bock Auf sterben So Mein Weg nach oben Mehr oder weniger Ja Oh Gott Oh Gott Boah, das ist nicht gut Wow Na los Los, du Misting Moment 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 Uff Uff Oh, das hat mich beinahe erwischt Die Würmer Oh no No, 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 no Wo will der denn hin? Na, ich bin tot Das ist mies Das ist mies Also die Nummer mit den Lunden ist mies Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Nein Gibt's nicht Alter Wie ich das Ding nicht getroffen habe Das andere habe ich meisterlich getroffen Und das Drecksding War untouchable Und jetzt habe ich es so easy getroffen Ach, komm Erst gar nicht und dann locker Flocki Aus der Hüfte raus Oh oh Oh, das hier bringt Mich hier nach oben Und dann Maybe this way This way This way This way Hä, jetzt bin ich ja wieder hier What? Okay, geht's da weiter Yep Och, nö Jo Ey, das ist ja Wow Also die Mechanik mit den Lunden Nervenaufreibend ohne Ende Da gehst du kaputt Aber sowas von Ah, kacke Ja gut, ich bin tot Oder auch nicht Oh, muss ich jetzt hier nochmal hoch? Hm Es lief so schön So gut Dann kam dieser merkwürdige Jump So, easy, easy Oh, alter Ich schätze mal Ich muss hier lang Oh, Kinder Ah, komm Der eine trifft mich jetzt noch Ein Belger Es lief so gut Aber einer muss mich natürlich noch treffen Oh, mein Gott Ah, komm Hier ist wieder so eine So So So, öffnet man die Dinger hier Und was hab ich gerettet? Irgendein Rehviech Retter der Rehviecher So, schauen wir mal Nicht mal ansatzweise sind wir dort Der Hirsch ist ein langer, 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 langer langer, 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 gnadenloser Weg Oh, oh Oh, oh Viele Lund Oh, Gott Oh Oh, oh mein Gott Uff 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 Uff, es geht weiter Yo Wie soll ich die denn aufhalten? Muss ganz schnell hier weg Alter Alter, was Du bist tot Diese Lunden-Nummer Diese Drecks Lunden-Nummer Ja, und jetzt Wie, wie komm ich an die da oben ran? Ach komm Du bist doch Meilenweit weg Aus diesem Explosionsring Wie komm ich an die oberen? Hier ist eine Rampe Ha Nein Als ob Du musst die da alle auf einmal treffen Meine ich Glaube ich Schätze ich Ist auf jeden Fall sehr stressig Warte Mann, Mann, Mann Die Lunden-Nummer Hier, du Der Lunden-Lude Der macht mich fertig Ich konnte wieder nicht boosten Boah Ist jetzt voll mies gewesen Da wäre ich nochmal bei den Lunden gelandet So Treffe ich den? Er trifft auf jeden Fall sehr gut mich Na also Geht doch Geht doch Verdammt Noch eins Yo Er jumpt da rüber Sie jumpt da rüber Der nächste Super krasse Bohrturm Die 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 Okay Wo Muss ich den jetzt anschuten Oh, da kommt noch einer Die Tiddies, ne Die Wabbel-Tiddies Bababababababababababababababababab What? Wo? Ach, hier drüben Bitte schön Oh Mann, wo geht's jetzt rein? Bin ich schon am Zentrum angekommen? Ein riesiger Klumpen Dreck. Ein wunderschöner, riesiger Klumpen Dreck. In den wir eintauchen werden. Tauchen wir in den Dreck hinein. Können wir unsere Fähigkeit einsetzen? Ja. Wir können hier entglibbern. Oh nein. Klar, ein Jäger. Irgendjemand shootet auf uns. Bambi. Plötzlich Bambi. Aber hier aus dem Stumpf entsteht kein Geisterbaum. Ah, wir dürfen nicht ins Licht. Verstehe. Wir werden gespottet. Achtung. Ich mein, bis jetzt waren wir zwar immer schneller. Aber ich wette eine Kugel und bisschen Drip. Wow, wow, wow. Wow. Okay, es gibt ja noch Fallen. Nette Gegend. Sehr, sehr nette Gegend. Oh, Bären fallen auch noch. Oh, Bären fallen auch noch. Psych, alter. Psych. Psych. Tja, wo lang jetzt? Ah, natürlich da, wo die Todesfallen sind. Und wo denn auch sonst? Oh. Mies. Oh, mies, 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 mies. Bin ich tot? Ja. 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 Erinnert ein bisschen an Little Nightmares, ne? Teil 2. Und auch in diesem Wald bist, mit diesen ganzen Bärenfallen. Ei, 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 ei. So weit, so gut. Oh Gott. Oh Gott, bleib ja nicht stehen, Kind. Wir haben es geschafft. Wahnsinn, wie geil das Level wieder aussieht. Oh Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Alten sterben und die Jungen bringen die Erlösung. Untertitelung des ZDF, 2020 So, noch zwei Tierchen Noch zwei kleine Tierchen Dann sind wir durch Die Frage ist nur, wie kommen wir an sie ran? Hier haben wir den Wal Den Hai Komme ich an das Schwein? Ja gut, Stadtzentrum und dann hier und wahrscheinlich von da aus kommst du irgendwie an das Schwein Schätze ich mal Schnellreise zur Bienenwelt Ein riesiges Kraftwerk Ein riesiges Atomkraftwerk Das ist die Bienenwelt, Freunde Oh, und ich gehe erstmal drauf Oh, ich gehe trotzdem drauf wahrscheinlich, ja Oder? Komme ich ja nochmal irgendwie hoch? Okay, ich gehe erstmal nicht drauf Und da wecke die Welt Zum Leben Aha Und da kann ich die Richtung ändern What? Wow Okay So Noch Funktioniert Halbwegs Alles klar Here we go Geschenke Der Fluch des Fernsehers Ah, wie cool ist das denn? Die haben immer wieder neue Ideen, ne? Also die haben wirklich immer wieder neue, richtig, richtig geile Ideen, wo ich mir denke, Wahnsinn Jetzt so eine Nummer mit Fernsehern und dem richtigen Programm und allem Das ist so heftig gut Okay, warte Burger Aha Genial Mal wieder wirklich absolut Genial Okay, ein blaues Kabel Führt uns Wohin? Ah Verstehe Wir müssen ihn wahrscheinlich anmachen Und dann haben wir da oben Das Bild, um auf die andere Seite zu kommen Geil, Mann Also jeder Abschnitt ist komplett einzigartig Okay Okay, warte hierhin Rot Der rote Tod Moment So Geht das Ding auch wieder aus mit der Zeit? Ich würde es dem Spiel zutrauen Dass man sich auch hier beeilen muss Ah, cool Okay, jetzt lande ich hier drüben Aber ich kann auch das Programm ändern Und dann lande ich woanders Aber hier gibt es irgendein Tierwesen Was ist das? Eine Moräne? Wichtiges Tier Sehr, sehr wichtiges Tier So So, wir landen hier Erstmal schön Baum hingeknüppelt Alten Knüppelbaum Oh, Mann Ey, ab und zu Die Abstände, ne? Ab und zu Die verdammten Abstände Oh, es war wieder super knapp Alright, let's go Was? Uff So, jetzt Äh What's the plan, man? Wahrscheinlich hätte ich da oben auf die Dinger Drauf springen müssen Achtung Jetzt hier rum Da rum Oh, neue Area Zitteraal Zitteraal Bitteschön Okay, das ist schon mal Nicht korrekt Äh Warte Hm Das sieht gut aus Jetzt wieder hoch Jetzt wieder hoch Uff Uff Äh Hier Oh nein Es gibt zwei Kabel Hm Okay Und schwupps Pommes Guten alten Fritten Yo Der Mensch Und die Gier Nach Konsum Schaut meine Let's Plays Aber trotzdem weiter Liebe Kinder, ne? Bügelt euch die Let's Plays Ohne Ende rein Bleibt süchtig Danke Moment Moment Muss ich hier oben drauf Ah, die da hinten haben immer nur die Glühbirne Und bin ich jetzt tot? Da oben ist eine Glühbirne Hinter die Kulissen Ist das der richtige Weg? Ja Oder auch nicht Oh boy Oh boy Der Wolf Der Schäferhund Ich weiß es nicht Wichtiges Tier Ich hab's gerettet Auch hier geht's weiter Wow Wow Oh nö Immer hier boosten Und wir haben sehr viele Kabel Super viele Kabel Die wir alle verbinden müssen Na dann mal Viel Spaß Okay, das wird nichts Hm Wahrscheinlich so Hallo kleiner Junkie Guckst du auch ganz viel Keysjaw Perfekt Schau ganz viele Let's Plays Von Keysjaw Die machen dich groß Und schlau Mama Meine Nase blutet Es ist gesund Schau mir Keysjaw Wo geht's denn hier lang? Ein Frosch Eine Kröte zum Lecken Wichtig Alright Damit haben wir einen Von 1000 Hm Drei Stück Insgesamt Okay, okay, okay Ich sehe Es wird nichts Alter, wie komme ich denn da hin? Oh mein Gott Da gibt's irgendwie auch noch so eine Unterebene Sehe ich gerade Okay, gehen wir erstmal hier hin, ha Der sieht realistischer aus Uff Okay, warum auf einmal so bedrohlich? Oh boy Das ist sowas wie ein Diamond Ring Oh Gott Okay, ich muss da wohl Elegant rüber Sehr elegant Sehr elegant So, aber jetzt die Frage Wie krieg ich den letzten? Wie kriegen wir den letzten? Der scheint ja richtig Wild Zu sein Ich muss dir hier rüber Geht aber nicht Huh Huh Nope Nope Wenn ich auf diesem einen Ding da landen könnte Warum falle ich jetzt runter? Ich habe nicht mal einen Boost Oh, warte Jetzt sehe ich es erst Oh, sie kann sich wieder nicht festhalten Ab und zu geht dieser Boost nicht Na 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 Spiel Danke Da sitzen sie und beten die Glotze an Warum ist ein Fernseher? Bitteschön Hab dich erlöst Boah, ne Boah, ne Da komme ich auch nicht hin Hm Wie? Wie? Nee Wo ist der geheime Trick? Oben auf diesen Metall Äh Stäben Ah, jetzt komme ich nicht mal mehr da rauf Nee Da komme ich schon mal nicht hoch Und da komme ich auch nicht hin Was gibt es hier für einen Trick? Was übersehen wir? Irgendwo an der Wand zum Klettern Wir haben nur diesen Turm hier von Fernsehern Die Biene ist irgendwo oben Ah, guck mal hier Hier geht es noch durch So So Und Das ist doch was Das ist doch was Boah, wie die Fernseher sich auch noch drehen So So Jetzt haben wir den hier unten aktiviert Alright Oh Wow, wow, wow Hey Och Nö Das ist die Plattform weg Ey, die kommt aber wieder, oder? Ja Das wäre jetzt mies gewesen Stell dir mal vor, die kämen nicht mehr zurück Das wäre ultra mies Und wir sind oben Hochkomplex Diesen Fernseher in Betrieb zu nehmen Was gibt es da? Parfum-Werbung Wir sind ein kleines Stück weiter Ein winzig kleines Stück In die richtige Richtung Aber immer noch ewig weit weg von der Bienenkönigin Au 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 Oh Oh man Jetzt auch noch diese riesen Dudes Okay, die kleinen haben wir schon mal Jetzt noch nur noch den Fettsack Wie er mich natürlich trifft Achtung Irgendwie ist der besonders dicke, ne? Ey, das gibt es nicht Jetzt aber Als ob Boah Robuster Mistkerl Alter Fernseh-Junkie Nächster Ride In Richtung Bienenkönigin Okay Warte Oh Wo will er hin? Wir gehen direkt irgendwie in den Elektro-Smog-Nebel Alter, das Ding nimmt gar kein Ende Ei, 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 ei Okay, das ist wohl meine nächste Station Ich hatte eigentlich so ein bisschen Die Erwartung Dass wir hier sind Aber ich glaube, wir haben hier nochmal ein großes Fernseher-Rätsel vor uns Obwohl 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 Wo geht's da denn wieder hin? Ja Wir haben nochmal ein großes Fernseher-Rätsel vor uns Wahrscheinlich müssen wir sie mit dem Fernsehen irgendwie rauslocken Okay Was genau? Ah Einmal voller Saft Bäms Was gibt's da oben? Bäumchen Bäumchen Rot Blau, 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 blau gibt's sogar hier drüben Denk ich mal, ist die nächste Farbe, die wir brauchen Blö Als nächstes Blö Und blö Boah, geht's sogar hier weiter Ah Ja Ich sag dir, das wird nochmal eine große Nummer Atomkraftwerk ist sowas wie der Bienenstock Oh nein Oh Ich liebe es Ich liebe es Es gibt nichts Schöneres, als in den Tod zu stürzen, wenn man so schön Vorankommt Es gibt kein schöneres Gefühl Hm Scheint nach unten Würde ich mal behaupten Boah Nee Oh, alter Und jetzt Ah All right Sollen wir das hier unterbunden Aber jetzt fehlt immer noch Rot Rot ist ein richtiges Kabel Weil wir war Oder auch nicht Geht sogar Und damit locken wir wahrscheinlich alle an Und dann Fetzen wir alle kaputt Zocken Konsum Kinder Alle die mein Let's Play gucken Konsumiert mein Let's Play Liked meine Videos Unterwerft euch Meinem Content Unterwerft euch meinem Content Was ist das? Was ist das? Yes Beste Content So, jetzt aber direkt ins Zentrum Ja Ja, ist wie so ein Bienenstock Mit den Platten Mit den Wapen Honig Honig Alter, es geht ultra krass weiter Oder was? Okay Okay, der Abschnitt ist ja mal Mega heftig Riesiger Atombien Why not Meinetwegen What? Okay, was hat es gerade gebracht? Ich habe keine Ahnung Ich denke mal Wir müssen hier lang, ne? Okay Das ist alles nur optional hier Ist das der Weg? Äh, da unten geht es hin Crazy Oi, 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 oi Die Kamera hier wieder Versteinerte Bienen Tja, die Bienen sterben uns ja schon weg Und wir wissen ja alle Wie toll das für unsere Welt ist Oh, 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 wow Okay, ich muss da runter Ich dachte, hier würde es runtergehen Aber hier geht es anscheinend runter Ey, mal kannst du ewig weit fallen Und dann irgendwie wieder nicht Mal so, mal so, mal so Oh, 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 button Oh, 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 ohії Oh no, da geht's hoch Jo, das meine ich, jetzt lebe ich wieder Guck mal, wie weit sie jetzt auf einmal wieder fallen kann Warum konnte ich die Klappe öffnen? Was hat die jetzt gebracht? Den Honigfluss erhöht Okay, warte, 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 jetzt bin ich Jetzt bin ich hier Ähm Nope Ah, wieder hier Jo, hier geht's nach oben Hier geht's rüber Von unten bin ich gekommen Ah, hier geht's durch Das ist halt alles so verflucht Riesig Blö Jetzt aber Mehr Honig Es wird auf jeden Fall honiglastiger Wow Hier ist alles tot Krass Also die Bienennummer auch wieder ein heftiges Level Einfach nur absolut heftig Aber die Bienen haben es geschafft Willkommen auf der Arche Ihr kleinen Brummer Wahnsinn Und den Sting So, jetzt fehlt nur noch das Schwein. Ich muss nur noch rausfinden, wie ich da hinkomme. Hm. Ist irgendwo ganz da hinten. Tja. Der Schlachthof. Holen wir uns die Sau. Die alte Sau, du. Oh, hier wird's feurig. Alles klar, die Flammen können wir wegmachen, aber ich fall erstmal nach unten. Oh Gott. Und da bin ich weg. Altes Rutschrohr. Au. So, mach hier den Mist mal weg. Muss man sogar schnell sein, denn allzu lang bleiben die Flammen hier gar nicht fern. Wo muss ich denn dahin? Da unten rein? Das sieht so aus, als wäre das hier ein Durchgang. Ja, wird wahrscheinlich irgend so ein Schlachthof sein, wo wir jetzt reingehen, ha? Ui, ui, ui. Und überall sind diese verdammten widerlichen Würmer. Alter, komm schon. Was haben die Flammen denn bitteschön für einen Radius? Ey, 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 ey. Fingerchen weg. Ich glaube, hier kann sie hoch. Alright. Wahrscheinlich weiter nach oben. Und ich bin tot. Okay, da drüben wahrscheinlich ans Ruhr ran. Langmal ans Ruhr ran, kleines Kind. All right. Wow. Reudig. Sehr, sehr reudig. Ach, komm schon. Ja gut, stirb. Vielleicht lande ich oben. Och, Mann. Alter, was hat das Ding für eine Reichweite? Tot. Ist ja genauso schlimm wie die Explosion. So, steht's nach oben, ha? All right. Und es geht wieder daneben. Also den Sprung hätte ich sie doch easy schaffen müssen. So. So. Vorsicht. Oh, jetzt bitte aufs Rohr. Bitte aufs Rohr. Dankeschön. Alles klar, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Was ist das hier? Autos? Will man damit vielleicht den Vergleich ziehen? Autoindustrie und Wurst- und Fleischindustrie ist eigentlich boah. de facto dasselbe. Immerhin kommt ja die moderne Schlachtung aus der Autoindustrie. Ja. Chicago. Das Fließband hat's möglich gemacht. Ah. Oh. Please. Ah, Mist. Das ist weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Flop. Flop. Ja, damals hat man Habe ich auch mal in der Doku zu gesehen Damals hat man ungefähr Um ein Tier komplett zu verwerten Eins bis eineinhalb Arbeitstage gebraucht Solange hat Damals der Schlachter mit einem Gesellen An einem Tier Gehangen und durch die Autoindustrie, damals in Chicago Hat man Dann es auch mit Fleisch probiert, oh supi Und hat Dann halt eine Stunde oder sowas gebraucht Um das Tier komplett zu zerlegen Durch mehrere Etappen Hat der eine das gemacht, der andere das gemacht Und so weiter und so fort Hat man das Tier ganz schnell Zerwurstet Och please Ah es war wieder super knapp Und so kam man eben Dann zu dieser modernen Verarbeitung Verschiedene Arbeitsschritte Am Fließband mit Geräten Schon irgendwie pervers Wenn man drüber nachdenkt Aber die Schlachtung Finde ich ja nicht schlimm An sich Warum nicht ne Eher die Haltung Das ist das Schlimme Und das Perverse An der Geschichte Wenn das Tier tot ist Ob du es jetzt effizient schlachtest Oder ineffizient Ist egal Nope Okay Wo muss man hier hin Aha Und ich hab's wieder verkackt Muss ich mir nach oben? Ich weiß es nicht Okay Hier rüber ne Weil da oben scheint es auch Irgendwie weiter zu gehen Das sind ja auch Irgendwelche Gebäude Da oben ist ein Ventil Mit nem Ventilator drin Okay Hier geht's hoch Also die Level Beeindruckend Absolut beeindruckend Look at Dies Katze Aha Aber wohin nun? Irgendwie da wo Geschweißt wird Kann sein dass wir noch höher müssen Dass es nur ein optionales Ding war Yep Das sieht gut aus Alright Alright Keine Erinnerung Alter wie krass Die Level aussehen Brutal Ist ein schönes Spiel Ist echt ein schönes Spiel Wow Wow Ist das der Weg? Nach unten war es schon mal nicht Frage ist Wo müssen wir hin Irgendwie da oben hin? Ah Da konnte man klettern Da konnte man klettern Boah What? So leben So leben Da ist ein Rohr Da drüben ist wieder ein Hebel Hebel Schalter Knopf Whatever Jetzt haben wir sie alle durch Okay 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 So hier hoch So hier hoch Was geht Was geht Was geht jetzt? Eine Plattform war da eben Die ist weggeflogen Kommt die wieder? Kommt die wieder? Yes Das ist so krank Das ist alles Level Was wir da sehen Was? Die geht Weißer Ich hatte keine Ahnung Okay Wir bleiben einfach mal drauf Ach die geht bis da hinten hin Und dann Okay Gut Lass sie fliegen Alles klar Also so brachiale Level Ich könnte mich jetzt an kein Spiel Auf Anhieb erinnern Wo es so krass war Okay Das war ein schneller Wechsel hier Oh nein Das sind ja Fadenwürmer Ah Oh Gott Gut im Flug getroffen Wie sie sich auch so absenken Das ist Heftig Das ist heftig Wow Okay Was hat der denn hier Der Turbin Mann Na der hat aber auch eine Reichweite Mit seinem Stampfer Boah wie viele kommen denn da Ui und der nächste Und noch einer da hinten Naja Wenigstens muss ich die nicht irgendwie da oben Mit irgendwelchen Tricks runterholen Die kommen wenigstens zu mir Das ist ganz nett Ah Da hat er mich Ah Fernsehmann So Ausgeburt der Hölle Das war's Die Natur hat gewonnen. Die Natur hat gewonnen. Oh nein, das war wieder ein dummer Sprung. What? What, what, what? Oh, Vorsicht. Katze. Sagt mein Sohn immer. Katze. Katze. Totaler Katzenfan. Die Katzenfans sind leider... Äh, die Katzen sind leider kein Fan von ihm. Weil er einfach zu grob noch ist. Ich sag dann immer Ei. Ei. Dann macht er auch ab und zu Ei. Aber wenn er sich dann total freut, schlägt er wieder zu. Katze. Hunde interessieren ihn null. Aber die Katzen... Total faszinierend. Die rennen sofort weg. Die sehen ihn und denken sich... Oh, nee. Nee, nee, nee. Den geb ich mir nicht. Der ist laut. Der krapscht voll zu. Ich bin weg. Bei Bucky, da kann er... Kann er drauf prügeln. Der will ja nichts machen. Ist eh so interessant. Vor Bucky haben alle so Angst. Ist wirklich ein Hund, vor dem die Leute Angst haben. Ich wurde sogar mal richtig dumm angemacht, weil ich ja... Drei Millimeter Schnitt hab. Oder bin ich da morgens gelaufen mit Bucky und dann so... Oh ja, klar, dass so ein Typ wie du... So ein Klatzkopf... So ein Köter hat. Sag ich mir auch nur so... Alter. Vorurteile, ne? Ist eh verrückt. Sobald du einen Maschinenschnitt hast, halten sich die meisten irgendwie für Rechtsradikalen. Dabei weiß doch jeder, richtige Nazis... Haben keine kurzgeschorenen Haare. Wenn überhaupt die Fußsoldaten. Das dumme Volk. Aber so die... Die echten Nazis... Die haben keine kurzgeschorenen Haare. Außerdem ist es nur ein verdammter Haarschnitt. Das ist irre. Es gibt echt so viele Stereotypen da draußen. Oh, das ist wieder so eine... Superteite Kante. Also Bucky ist der harmloseste Hund überhaupt. Eher ein Schisser. Ja, es ist voll des Monsters. Könnte... Könnte mir den Armen abbeißen, das Vieh. Aber hat vor allem Schiss. Da ist Kalito ganz anders. Kalito? Pff, der hat vor gar nichts Angst. So ein Psycho. Wenn die Leute mich fragen, sage ich immer... Mit Kalito würde ich mir... Es nicht verscherzen. Der beißt dich eher. Wenn es darum geht, wenn ich einschätzen müsste, welcher meiner Hunde keiner würde beißen. Aber wenn, im Extremfall, wer den kürzeren Geduldsfaden hat, dann definitiv Kalito. Bis Bucky zubeißen würde... Pff, ich weiß nicht, was du ihm antun müsstest. Boah, uff, ja geil. Ja, mega geil. Da ist erstmal so ein Loch dazwischen. Okay, wie komme ich jetzt durch? Achso, der Glimmer wird abgelassen und ich muss da reinrennen. Und mich beeilen, weil er wahrscheinlich bald wieder... Frisch nachgeschüttet wird. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall in irgendeiner... Metzgerei. Oh, ja gut. Da muss der richtig schnell sein. Aber die Entwickler kommen immer wieder in jedem Level auf neue Ideen. Finde ich schon echt faszinierend. Hier lang. Hier. Oh, no. Das hätte mich jetzt richtig angekotzt. Wahrscheinlich hier drüben weiter. Schätze ich mal. Keine Ahnung. So, jetzt hänge ich hier. Kommen wir da hoch? Nö. Da drüben könnte es noch weiter gehen. War ich da nicht schon? Ne. Run, boy, run! 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 Boah. Okay, frisst das gleich alles hier, das Zeug? Oh Gott, wie ich diese ungenaue Steuerung des Spiels ab und zu richtig hasse. Komm schon, der Brabbel, der steigt und steigt und steigt. Ich glaube, auch das Ding muss in einem Rutsch machen. Uff! 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 What the Fu, alter! What the Fu? Okay Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wahrscheinlich nach oben Oh man, da geht es aber richtig hoch Wow Und ich falle erstmal wieder in die Tiefe Und bin ich jetzt wieder ganz am Anfang Leck mich am Ärmel Ich glaube da oben ist Ende Irgendwas sehe ich da oben leuchten Ja, ich glaube da oben muss ich raus Okay Welches von denen bringt mich noch höher? Wahrscheinlich das hier Dann Hm Der hier Hm Okay Der hier Was? Oh nein, das war zu tief Oh Gott Ich Ey, das ist die schlimmste Stelle im Spiel Das ist ja wirklich qualvoll Gibt es da nicht irgendwo ein Checkpoint? Wow Mann, Mann, Mann Mann, Mann Ich kotze ab Speicher hier doch mal Aus so einem ordentlichen Aus so einem ordentlichen Hm Ja toll Welche von denen Jetzt kannst du nur den hier nehmen Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Der fette da drüben Ist das Ist das ein Speicherpunkt? Ne Leider nein Wie komme ich denn hier höher? Wie komme ich denn hier höher? Wie komme ich denn hier höher? Hm Ja, der hier Und dann der hier Das macht ja keinen Fehler, Alter Bitte Oh, ich dachte schon wieder Die rutscht jetzt wieder so ganz Knapp an die Kante Und rutscht ab Alter, das war eine Kackstelle Wow Da hinten ist es Das Schwein Da hinten ist es Da hinten ist es Ich bin einer Und bei den Da hinten ist es Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Menschen sehen auch ein bisschen weniger verzweifelt aus Guck mal, die umarmen sich und winken Die da hinten scheinen zu tanzen Die grüßen sich Davor waren sie ja alle am weinen Der hier ist am jubeln Die hier tanzen auch Ach, die Kinder tanzen auch Ja krass Hat sich total gewandelt hier, ne? No? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Krass Verdient die Menschheit eine zweite Chance Okay, zwei wurden gerettet, das bedeutet Incess ist mal wieder vorprogrammiert Aber ja, das war After Ass Wunderschönes Spiel Hat auch irgendwie Spaß gemacht zu spielen, weil es einfach schön anzusehen war und einen schönen Spielfluss hatte Auch wenn es hier und da mal mich ein bisschen gefrustet hat Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr cool Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Wer bis dahin geguckt hat Hashtag zweite Chance Ich bin gespannt, wer sich das wirklich komplett reingebügelt hat Und auch noch dabei konzentriert ist Hashtag zweite Chance Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen und Ciao